No Gunshots, but they getting low, 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 getting low Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Mal wieder, wie immer, ach so oft, von der Tarrasse Ich werde gerade von der Sonne geblendet Schaut das geil aus, schaut das geil aus, ich glaube schon Wir haben auf jeden Fall gerade kurz nach 6 Uhr Und ihr habt schon gemerkt, es ist gestern bzw. heute, keine Ahnung Es kamen die letzten Tage, also es kamen den letzten Tag Es kam kein Video, weil einfach nichts passiert ist Ich habe legit vom gestrigen Tag nur zwei Aufnahmen Die werdet ihr aber jetzt sehen Ja, das Licht ist ganz schön scheiße, Alter Würde es nicht mehr heller, das war doch gestern Ja, fast Ich glaube nicht, das ist verlaufen Ich muss ja noch was so gebraucht haben Ja, krass, ich bin nämlich auch immer mit dem Urlaub, ne? So, 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 so Das Licht ist so eine weiße, schwule, weiß nicht, aber so weißes Blatt Wo der Kuss Das hat so Das hat so Ja, das sehen wir Ja, das sehen wir Ich hab die Kuss Ich habe nicht mehr, weil ich wirklich nur noch einmal aufgebaut werde, ob ich nicht versuche, ich bin... Ich hab's noch kurz drauf geschmissen. So gegen Ende. Was ist das? Guacamole. Warte, das musst du filmen. Nice. Rachel. Rachel. Good job. Sorry. Aua! 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 What got here? Yeah. Alles nicht heiß. Aua! Aua! Die waren gerade bei 180 Grad. Hatten wir das auch warm? Ja. Schmeckt das noch gut? Ja, weil es warm ist. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Und je nachdem wie viel heute noch passiert, kommt innerhalb von drei Tagen nur ein Video. Oder halt jetzt eins und morgen eins, das sehen wir ja noch. Weil wir haben wie gesagt schon sechs Uhr und es ist jetzt die Frage, ob heute auch noch so viel passiert, dass da auch so ein komplettes Video werden kann. Und wenn nicht, dann halt nicht, dann habt ihr halt mal eine kurze zweitägige Pause. Aber ist ja nicht so schlimm, weil ich meine, wenn nichts passiert, dann passiert halt auch nichts. So. Wir sind eigentlich schon gerade wieder zum Essen gehen. Da gibt es auf jeden Fall auch wieder ein kleines Video. Wir wollten nämlich eigentlich Spanferkel essen gehen. Das könnte durchaus eventuell relativ nice werden. Und ja, ich wollte nur jetzt noch mal kurz eine kleine Anmoderation drehen, damit ihr ein bisschen wisst, was hier abgeht. Und dass ich jetzt nicht einfach so diese zwei Takes, die ich von gestern noch habe, von gestern Abend, dass ich die nicht einfach so rein streiten muss, ohne irgendwas dazu zu sagen. Man sitzt so ganz entspannt an seinem Tisch, zieht sich zwei Automaten, denkt nichts Böses. Auf einmal... Okay, ich hoffe, du kriegst den krassesten Video, come on. Ja, willst du auch rauskommen, du Arsch? Ja, wie? WTF? Ja, tschuldigung. Ja, ja, fast. Ja, der geht nicht ohne... Ah, warte. Okay, I guess. Hä? Aber man muss das ganz... Ganz durchdrücken. I guess so, yes. Alter, was ist das? 17. Ich mach jetzt einfach das Teil in die Rautsmaker. WTF? Schau mal, was gibt's denn da für welche? Oh fuck, man zieht da fast gar nichts durch. Komm, den krassesten Gold, mit diamanten besetzten Fidget Spinner, Turbo Power hast du jetzt gezogen, Alter. Ja, wenn wir nicht. Bist du eigentlich irgendwie unfähig oder so? Ich übernehme die Kamera. Ja. Ja. Tja, bist du eigentlich behindert oder so? Ja, das geht ja gar nicht durch. Weiter pushen. Hä, es sind zwei drinnen? Ja. Hä, da war schon einer drinnen und der andere hat den auch nie rausgekommen und er hat's einfach aufgegeben. Und das Ding ist, ich glaub, der hat's einfach nur nicht... Ich hab's kaputt gemacht. Echt? Wir hätten nicht noch einen machen sollen. Wer kommt auch auf die Idee, dass da schon eins drin ist? Ja, okay, warte, ich muss das eine Teil auch machen. Ja, das dachte ich mir auch. Fuck. Ah ja, warte, ich hab's auch. Das ist halt ein bisschen mehr als ein Euro, das hier. Warte. Oh, ja. Oh, hell ja, echt einfach ein Dollarzeichen. Was ist meine, du Affe? Der ist leer. Wow. Voll der Troll. Er tut einfach das leere Teil rein. Warte Wurstrenkel. Ich will auch. Ja, hallo. So. So. Einmal hier. Einmal hier. Das sind zwei mal fünf Kroner, das ist ein bisschen mehr als ein Euro ungefähr. Okay, das ist fucking so. Ich glaub, wenn ich was krieg, was nicht so geil ist wie ein Dollarzeichen, dann rast ich aus. Wow. Super. Okay, wir probieren die mal aus. Sven, jetzt wird gleich mal gefidgett spinnt. Sag mal, ich kenne dir auch. Nein, das wird gespidgett finnt. Nein. Was? Gutes? Also beschweren kann man sich da eher weniger. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Also der dreht sich auch echt gut. Aber der dreht sich super geil. Meine Güte geht ab. Das ist echt ein guter Spidget finnet. Nicht mein Lieblings, äh, nicht mein Lieblings, äh, Spidget, dieser Batman, äh, Fidget hier. Und... Spidget finnit. Und... Das kann ich nicht reinnehmen, du Affe. Dann schneidest du's halt raus. Super, Jun. Impuls. Los. Hast du gemerkt, wie du's den gedreht hast? Yeay. Wow. Wow. Dann versuch ich ganz den unten, dann schmeiß ich dran. Such, such fun. Many amazing. Männst du den, many amazing. Wow. Bei dem erst recht, ne? Dass ich viel Gewicht sind, ne? Ein bisschen merkt nicht mehr. Super Sache. Super. Super laden. Super essen. Super trinken. Super Fidget Spinner. Super schwul. Super. Super. Super, ne? So beinahe... Super los. Es Was